Willkommen zu einem weiteren Artemis Feed Tutorial. In folgendem Tutorial erfahren Sie, welche flexible Möglichkeiten Sie haben, Analyseergebnisse in der Artemis Feed darzustellen. Sie lernen, Diagramme individuell anzuordnen und deren Layout zu verändern. Im aktuellen Beispiel werden drei Marken mithilfe von zwei Analysen miteinander verglichen. Für die Darstellung von Analysen mehrerer Marken eignet sich zum Beispiel der Data Viewer als Destination Element. Alle Einstellungen eines Data Viewers können im Properties Tool Window vor und nach einer Berechnung definiert werden. Sollte das Properties Tool Window nicht angezeigt werden, können Sie es unter View einblenden lassen. Ein Doppelklick auf den Data Viewer startet die Berechnung. Standardmäßig werden alle Ergebnisdiagramme auf einer Seite angezeigt. Die Anordnung der Diagramme in der Standardeinstellung erfolgt dynamisch. Das bedeutet, dass je nach Einstellung die Anzahl der ausgewählten Marken und Analysen die Anzahl der Reihen und Spalten in einem Data Viewer bestimmt. Sie können Ihre Ergebnisse aber auch auf mehreren Seiten darstellen. Wählen Sie dafür zum Beispiel die Einstellung One Page for Each Analysis. Da in der Berechnung zwei Analysen verwendet wurden, besteht der Data Viewer nun aus zwei Seiten. Über die Pfeile am oberen Rand des Data Viewers können Sie zwischen den Seiten wechseln. Auch für die Darstellung aller Ergebnisse auf einer Seite haben Sie freie Konfigurationsmöglichkeiten. Wählen Sie dafür zunächst One Page for Everything, danach One Column for Each Mark und One Row for Each Analysis und Sie erhalten beide Analysen, aller Messungen getrennt auf einer Seite angezeigt. Sie möchten lieber eine spaltenweise Darstellung der Analysen? Wählen Sie One Column for Each Analysis. Mit den dynamischen Möglichkeiten des Diagrammlayouts können Sie Messergebnisse in den meisten Fällen Ihren Anforderungen entsprechend anpassen. Wenn Sie allerdings die Analyse einer Messung mit vielen Kanälen durchführen, kann eine Darstellung mit dynamischem Layout schnell zu unübersichtlichen Ergebnissen führen. Wählen Sie stattdessen eine feste Anzahl an Seiten und Spalten aus, um Ergebnisse übersichtlicher darstellen zu können. In den Diagramm Options können Sie das Layout innerhalb von Diagrammen ändern. Klicken Sie auf eines der Diagramme und im Properties Tool Window werden zusätzlich die Diagramm Options angezeigt. Hier können Sie zum Beispiel die Schriftart und den Diagrammtitel verändern. Die Einstellungen wirken sich nur auf das jeweils angewählte Diagramm aus. Ein schwarzer Rahmen kennzeichnet die selektierten Diagramme. Möchten Sie die Änderungen an mehreren Diagrammen gleichzeitig vornehmen, selektieren Sie mehrere Diagramme mit gedruckter Steuerungstaste. Die nun durchgeführten Änderungen gelten für alle angewählten Diagramme. Unter Legend können Sie die Position und Schrift der Legende ändern. Die Einstellung Transparent eignet sich besonders, wenn die Legende Teile ihrer Ergebniskurve verdeckt. Lassen Sie sich in der Legende nur die Einzahlwerte der Kanäle anzeigen. Neben den von Atemi Suite automatisch generierten Informationen können Sie auch alle Informationen aus der User Documentation in Diagramme übernehmen, sofern die Daten dokumentiert wurden. Das Layout ihrer Kurven, wie die Farbe und Strichstärke, können Sie unter Line Styles verändern. Diese Einstellungen erreichen Sie auch mit einem Rechtsklick im Diagramm auf eine der Kurven. Auf diese Weise können Sie schnell und unkompliziert das Layout einzelner Kurven anpassen. Unter Epsisters und Ordinates können Sie Änderungen der Achsendarstellung, wie zum Beispiel deren Platzierung im Diagramm vornehmen. Weitere Informationen zu den Konfigurationsmöglichkeiten von Achsen bekommen Sie in einem separaten Tutorial. Die Änderungen in den Diagramm Options wurden nur auf die jeweils selektierten Diagramme angewendet. Per Copy & Paste können Sie die Änderungen auf weitere Diagramme übertragen. Wählen Sie dafür ein Diagramm aus. Mit einem Rechtsklick auf den entsprechenden Bereich im Properties-Fenster können Sie eine Einstellung kopieren. Wählen Sie nun eines oder mehrere Diagramme an, auf die die Einstellungen angewendet werden sollen. Ein erneuter Rechtsklick im entsprechenden Unterpunkt der Diagramm Options und Paste überträgt die Einstellungen für die Line Styles. Dieser Vorgang kann für alle Einstellungen eines Diagrammes auf einmal, aber auch wie gerade, nur für bestimmte Einstellungen durchgeführt werden. Um alle Einstellungen eines Diagramms zu kopieren, müssen Sie den Rechtsklick in der Überschrift Diagramm Options durchführen. Damit können Sie die Einstellungen nicht nur von Diagramm zu Diagramm, sondern auch von Diagramm zu Destination Element, zum Beispiel einen Data Viewer, und umgekehrt übertragen. Die bisher gezeigten Einstellungen beziehen sich nur auf den aktuell geöffneten Data Viewer. Diese gehen verloren, wenn Sie den Data Viewer schließen. Die Funktion Copy Data Viewer ermöglicht Ihnen, die Diagrammeinstellungen für weitere Analysen zu speichern. Die Einstellungen des Data Viewer gehen somit nicht mehr verloren und können wie weitere Berechnungen wiederverwendet werden. Speichern Sie den Data Viewer in Ihrem Pool Favorites und Sie haben projektunabhängig Zugriff darauf. Damit haben Sie einen Überblick der Darstellungsmöglichkeiten, Ihre Analyseergebnisse bekommen und können Diagramme Ihren Anforderungen entsprechend konfigurieren und diese Einstellungen übertragen und speichern.